Hast du auch noch Sange? Doch, das steht doch gut. Aber nicht die Bornenseite, dann sind ja nur die Namen da. 19 Mark und 6 Kilometer Aufwand. Vielen Dank. Applaus 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 Rot dabei, noch mal rot dabei. Von dem Liegen ins Stehen zu kommen und dann noch dabei zu laufen, das braucht richtig Kreislauf. Von der Horizontale in die Senkrechte. Jawohl, und jetzt kommen die Jungs hier raus. Martin, du schaust du raus, Maschine, habe ich von dir erwartet. Oh Silvester, du Maschine! Silvester Kohlmann, Martin Dümmlein, meine Vereinskollegen. Das war auch schon fast. Okay, komm, komm, komm. Run. Aufhine! Aufhine! Ich habe keine Lust, ich habe keine Lust, ich habe keine Lust. Rechtsband! Es geht um die Räume und die Räume und die Räume. Bleibt das? Wir haben schon gesagt, wir sind aufgeräumt. Und dann kommen sie ständig runter. Und wo laufen sie? Da raus? Ja, wir laufen raus, Richtung blauen Zelt. Ich bin da links. Danke. Jetzt kommen sie zuerst einmal ins Tradln da oben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's mir gedacht, ich hab's mir gesagt. Ich hab's mir gesagt, ich hab's mir gesagt. Vielen Dank. 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 Danke.